So Leute, wir machen weiter mit Geheimakte 3 und wir sind immer noch Jane Cunningham, wahrscheinlich Dr. Cunningham und wir müssen hier das Terminal freischalten mit diesen drei Informationen und ich haufe mir jetzt mal diese Informationen nochmal an. Sieht so aus, als ob die verschiedenen Zeichen unterschiedlich oft vorkommen. Ob darin des Rätsels Lösung liegt? Ja und ich habe das ja im letzten Part gezählt und habe jetzt mal festgestellt, dass das Auge am häufigsten vorkommt. Das glaube ich mal ist richtig. Dann hier indische Ornamente. Hier fehlen zwei Zeichen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Also dieser Strich fehlt und dieses geschweifte Hakenteil hier hinten fehlt. Das hatte ich auch eingestellt. Bloß die Steinfiguren hier sind mir nicht klar und da habe ich aber alle hier durchprobiert und die waren es nicht. Alle nicht. F. Jason. Ihr habt es bestimmt schon längst gesehen. Das müssen die Initialen der Zwölfer Postel sein, oder? Ich kenne keinen Apostel mit F. Zwei mit M. Also J. Johannes. Jakob. Das ist schon relativ klar, aber der da hinten. Gut, aber da habe ich schon gesagt, können wir ja alle durchprobieren. Geh mal da hin. Mit der Anzahl hat es was zu tun, sagt sie. Oder könnte es etwas zu tun haben. Ach so, Momentchen, mal kann ich... Soll ich mal probieren? Soll ich mal probieren? Was war am wenigsten? Der Löwe, der war nur einmal. Der da? Nichts passiert. Nichts passiert. A. Nichts passiert. K. Nichts passiert. D. Oh. Die Tür ist jetzt offen. Kleinen Momentchen mal. Wieso D? Welcher Apostel hat D? Das stimmt fast nicht. Das sind gar keine Apostel. F. M. A. Moment. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Das ist es. Oh Mann. Okay. Da habt ihr mich reingelegt. Okay, das ist es. Kann ich jetzt mit den beiden hier sprechen? Hotspot-Hanzeige? Ne. Dann geht wohl die Jane Cunningham... ...erst mal allein herein, während Nina und Max unbedarft weiter rumstehen. Bitte folgen Sie mir. Immerhin nimmt sie sie mit. Das ist es. Das Deterium. Es scheint die ganze Anlage mit Strom zu versorgen. Dieses kleine... Ding? Dieses Ding ist pure Energie. Ja, das wird funktionieren. Was wird funktionieren? Das Deterium wird es uns ermöglichen, die Anlage zu starten. Ein Kraftfeld. Ich komm nicht ran. Wir müssen weiter. Wir müssen die Antimaterie finden. Das haben sie selbst gesagt. Max, was ist mit dir? Keine Sorge. Er ist nicht tot. Noch nicht. Und machen Sie sich keine Sorgen um die Antimaterie. Sie lagert sicher im CERN. Dann... Dann war das alles nur eine Lüge? Der Überfall, der Diebstahl. Alles nur inszeniert. Sie hätten uns ja wohl kaum freiwillig hierher geführt. Wir brauchen das Deterium. Ohne Deterium wäre die jahrzehntelange Forschung umsonst gewesen. Ich habe Ihrem Verlobten ein langsam wirkendes Gift injiziert. Es verteilt sich gerade in seinem Körper. Ihm bleiben noch 20, vielleicht 30 Minuten. Miststück! Wir verlieren nur Zeit. Das ist das Gegengift. Finden Sie raus, wie man das Kraftfeld ausschaltet. Dann können Sie es haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Kraftfeld zu deaktivieren. Am besten schaue ich mich in der Anlage weiter um. Boah, das war ja mal hinterhältig. Wir haben ein Walkie-Talkie gekriegt. Das Handfunkgerät habe ich von Cunningham. Ich soll mit ihr in Verbindung bleiben, während ich versuche, das Kraftfeld zu deaktivieren. Aha. Max. Der Armste. Es scheint ihm sehr schlecht zu gehen. Ja, es ist in diesem Spiel hat er wirklich nicht viel Glück, der arme Max. Ich muss Max helfen. Eindeutig. So. Kann ich dich niederschlagen? Dafür wird sie bezahlen, das schwöre ich. Hm. Sie sollten sich beeilen. Die Zeit Ihres Verlobten läuft ab. Finden Sie einen Weg, das Kraftfeld um das Deterium zu deaktivieren. Dann bekommen Sie das Gegenmittel. Ich muss leider tun, was sie sagt. Fiese Schlampe. Das Deterium wird von einem Kraftfeld geschützt. Deterium-Kammer. Geht's hier weiter eigentlich? Ja, hier geht's noch ein bisschen weiter. Oh, schaut mal, Wandgemälde. Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott. Der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole. Ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Mhm. Das ist doch Leonardo. Und was sind das für welche? Sind das die, äh, die Kultisten? Schaut mal. Archimedes. Gibt da. Okay. Oh, Uhr. Hübsch. Hübsch. Sehr lustig. Pistole. Oh. Pistole. Venus-Symbol. Pinsel. Zirkel. Zirkel. Mars-Symbol. Dolch. Totenschädel. Auge. Pistole. Auge. Auge. Okay. Die müssen wir wohl irgendwie richtig hindrehen. Acht. Es geht bis neun. Okay. Also, das hier ist der Dolch. Da würde ich den Zirkel mal hinhaben wollen. Wie geht denn das bitte? Ich versuche das jetzt mal so. Auf der 1 den Zirkel. Auf der 2 irgendwas mit Pyramiden. Dolch. Mars-Symbol. Totenschädel. Pistole. Pistole ist hier. Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Ja, ja. Okay, okay. Das hätte ich aussehen. Auge. Wahrscheinlich ist das Auge die Chiroglyphe, die hier das symbolisiert. Ich vermute mal. So. Nummer 3, was ist denn das hier? Dolch. Das wird der Dolch sein, oder? Was war der Dolch? Wo war der Dolch? Da ist der Dolch. Halt. Die 3 ist hier unten. Hallo? Äh. 3 ist der Dolch. 4 ist der Pinsel. Ganz sicher sogar. 4 ist der Pinsel. Jetzt brauchen wir nur noch die 4. Jetzt stehst du vor der 4, Nina. Ach so, Momentchen mal. Schaut mal. Da ist eine 1. Da ist eine 1. Da ist die 4 übrigens. Nein, da ist die 6. Entschuldigung. Da ist die 4. 5 ist der 3. 5 ist ein Hammer. Totenschädel. Pistole. Venus-Symbol. Soll das Nina sein? Mars-Symbol. Vielleicht ist das... ...der Max auf der 5. Sozusagen der Mann auf der 5. Das Venus-Symbol auf der 6. Alles nur... ...Mutmaßungen. So. Die 7 wäre dann die Pistole. Wo haben wir die 7? Wo haben wir die 7? Nina, geh doch mal ein Stückchen weg, damit ich das hier... Ich sehe die 7 nicht. Das hier ist die 6. Nein, das ist die 4. Entschuldigung. Das ist die 6. Das hier ist die 9. Und das verstehe ich nicht. Zweimal die 1. Ich verstehe es nicht. Na gut. Ähm, sei es drum. Wir waren bei der 6. Hier haben wir noch keinen. Der Totenschädel. Den würde ich mal da nach oben zeigen lassen. Und die Pistole dann darüber, oder? Nein. Hm. Tut sich natürlich nix. War ja klar. Die 7 fehlt mir irgendwie. Und eine 8 sehe ich jetzt auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber das sieht so aus, also das sind nicht diese Kultisten, sondern das werden die 4 apokalyptischen Reiter sein. Hübsch. Hübsch. Hm. Diesen Zeiger schmückt das Symbol für das männliche Geschlecht. Das hier. Auf diesem Zeiger ist eine Pistole abgebildet. Auf diesem Zeiger ist das Symbol für das weibliche Geschlecht. Hübsch. Auf diesem Zeiger ist ein Totenschädel zu sehen. Hm. Auf diesem Zeiger befindet sich die Abbildung eines Zirkels. Auf diesem Zeiger ist ein Auge. Auf diesem Zeiger wurde ein Pinsel gemalt. Hübsch. Auf diesem Zeiger sieht man einen Krummdolch. Also gut, ich würde mal sagen, die 2, die 3, das stimmt. Pinsel auf der 4 wird auch stimmen. Auf der 5 ist der Mars. Das stimmt auch. Auf der 6 ist die Venus. Das stimmt auch. Die 7 Pistole. Ich drehe mal die beiden hier um. Das tut sich aber immer noch nix. Muss ich da irgendwo noch einen Knopf drücken? Auf dem Gemälde. Mein. Und rechts wie. Nochmal. Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott. Der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole. Ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Ich gehe mal zu der Cunningham zurück und benutze mal die Hotspot-Anzeige. Hm. Das wäre Zeitverschwendung. Dort lässt sich das Kraftfeld nicht deaktivieren. Ich muss tiefer in die Anlage vorstoßen. Dafür wird sie bezahlen, das Schwierig. Ich rede mal nochmal mit ihr. Vielleicht sagt sie ja jetzt irgendwas. Sie sollten sich beeilen. Wenn ihr einen Weg das Kraftfeld um das Deterium zu deaktivieren, dann bekommen sie das Gegenmittel. Sorry Leute. Ich bin mal wieder... Ich muss leider tun, was sie sagt. Bin mal wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Verzeihung. Äh. Ja, ich habe es irgendwie noch nicht verstanden. Also die Reihenfolgen. Eins, zwei, drei. Ich überlege gerade, ob ich hier bloß... Also hier praktisch mit der Eins anfangen soll. Eins, zwei, drei. Ob die Ziffern mich hier nur verwirren sollen. Wenn das so wäre, dann müsste der Zirkel hier hin. Der Zirkel hier. Die zwei ist... Dann... Der Dolch ist dann praktisch... Rechts unten bei Nina. Ja, ich wollte den Dolch. Da ist der Dolch. Hab den Dolch unterwegs verloren. Drei. Vier war der Pinsel. Fünf ist dann der Mars. Sechs ist die Venus. Und sieben ist dann die Pistole. Das sieht ehrlich gesagt mal so gar nicht schlecht aus. Aber das ist es nicht. Hm. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm. Nochmal. Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott. Der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole. Ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Juh. Aber es... Oder muss ich den Zeitablauf irgendwie wählen? Achso, nee. Das hab ich ja jetzt quasi. Weil ich dachte mir, also Archimedes ist am ältesten. Also ist der praktisch auf der kleinsten Nummer. Das hab ich ja schon versucht. Und auch hier den Ablauf hab ich versucht. Oder fängt das bei dem hier an zu zählen? Nein, nie im Leben. Ja Leute, es tut mir leid. Ich komm jetzt leider nicht auf die Lösung. Ich werd mal kurz in der Lösung nachgucken. Ähm. Äh. Ja. Ist nun mal so. Manchmal bei Point-and-Click-Adventuren hat man so eine kleine Blockade. Ich mach kurz einen Cut und bin gleich wieder da. Bis gleich. So Leute, zurück bin ich wieder. Und etwas schlauer. Da hätte ich jetzt lange überlegen können, bis ich da drauf gekommen bin. Oder gekommen wäre. Und zwar sind das hier alles Figuren. Und vor allem die ganzen Menschen hier zeigen in eine Richtung. Und das ist die Position auf der Uhr, an dem sie platziert werden sollen. Also sprich Archimedes. Äh. Soll hier unten platziert werden, weil er nach unten zeigt. Also geht der Zirkel mal nach unten. So. Cleopatra zeigt nach rechts. Das würde sogar in dem Fall jetzt schon stimmen. Äh. Der hier, wer auch immer, das ist, zeigt nach links unten. Das war der Dolch. Äh. Leonardo, der Pinsel nach links, bitteschön. Max nach rechts unten. Max, der Mars sozusagen. Na unten. Nina, die Venus, nach oben. Pistole geht nach links oben. Das stimmt. Und hier, die zeigt, da soll das Schwert hier sein. Der zeigt nach rechts oben. Ah. Gebe ich zu, Leute, wäre ich jetzt ehrlich gesagt nie im Leben drauf gekommen. Soll ich jetzt mit der Cunningham erst reden, oder? Tür. Ist das einer von Ihnen, ob er noch lebt? Wie sieht's aus? Wo sind Sie? Beeilen Sie sich! Hast du in meinen Träumen mit mir gesprochen? Was wolltest du mir auf dem Hochhaus sagen? Seit unserer letzten Begegnung sind viele Jahre vergangen. Jetzt haben wir dich in deinen Träumen gerufen, weil wir deine Hilfe brauchen. Hilfe? Unsere Bruderschaft existiert schon seit Jahrtausenden. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor sich selbst. Unsere Urahnen waren noch Jäger und Sammler, als ihnen von den Göttern das Deterium geschenkt wurde. Eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie, die große Macht verlieh. Im Gegenzug für dieses Geschenk mussten sie einen heiligen Schwur leisten. Dass sie und ihre Nachkommen die Menschheit daran hindern, technologisch eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Was ja nur bedingt gelungen ist. Im Mittelalter hat man uns erbarmungslos verfolgt. Wir wurden beinahe ausgelöscht. Es begann das, was man heute die Neuzeit nennt. Eine unglaubliche Explosion von Wissen und Technologie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mit der Erfindung des Computers auch die Botschaft in Pi entdeckt werden würde. Pi? Immer wieder diese verdammte Zahl? Ich hatte dir vom Fermi-Paradoxon erzählt, warum es im Universum keine intelligenten Zivilisationen gibt, die zu intergalaktischen Reisen fähig sind. Wo immer eine Zivilisation im Universum entwickelt genug ist, um Computer zu bauen, wird sie die Botschaft in der Zahl Pi entdecken. Und ihre Neugierde wird sie dazu bringen, die Maschine zu bauen. Und dann? Was macht die Maschine? Sie zerstört alles. Das Feuer. Wer auch immer diese Botschaft erschaffen hat, er wollte sicher gehen, dass sich intelligentes Leben niemals exponentiell im Universum ausbreitet und zur Gefahr wird. Nun ist es an dir, die Menschheit zu schützen. Du wirst verhindern, dass diese Maschine in Betrieb genommen wird. Als Zeichen unseres Vertrauens ermöglichen wir dir den Zugriff auf die Energieversorgung dieser Station. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. An der Konsole könnte ich das Kraftfeld um das Tetherium deaktivieren. Okay, aber das habe ich ja gelernt. Das wollen wir nicht, oder? Was soll ich nur tun? Kraftfeld deaktivieren und damit Max retten. Das Kraftfeld nicht deaktivieren und die Welt retten. Okay. Ja, es gibt nur eine. Wenn wir Max retten, vernichten wir die komplette Menschheit. Darunter auch Max. Das ist die einzige logisch richtige Entscheidung. Natürlich würde ein Herz, das gerade in Liebe schwelgt, sich die erste Entscheidung überlegen. Aber wir machen das hier. Wenn ich das Kraftfeld ausschalte, kommt Cunningham an das Tetherium. Sie wird die Maschine starten und dann... Die Welt geht unter. Milliarden von Leben werden ausgelöscht. Das kann ich nicht zulassen. Max, ich liebe dich. Bitte verzeih mir, aber ich kann das nicht tun. Was ist los bei Ihnen? Wenn Sie sich nicht beeilen, gibt statt der Hochzeit eine Beerdigung. Sie können mich mal. Okay, und jetzt? Tank? Im Tank liegt regungslos einer der Wächter. Ich sollte den Tank besser nicht berühren. Ich werde das Kraftfeld nicht deaktivieren. Ich muss verhindern, dass Cunningham das Tetherium in die Hände bekommt, auch wenn ich Max dadurch verlieren sollte. Ja, die Entscheidung, Leute, ist getroffen und wir werden versuchen natürlich Cunningham aufzuhalten und zwar im nächsten Part von Let's Play Geheimakte 3. Bis dahin. Ciao.